Jetzt sitzen wir hier. Wir warten, bis die Leute von Abendessen rauskommen und wir Geschäft machen können. Der Benni ist am Telefonieren. Da ist das Kew Beach Hotel. Kew Beach Hotel. Hier ist der Dinnis-Bank-Automat, wo ihr Geld abheben könnt. Dann haben wir hier den Tunis-Ausflüge. Das ist der Hamburger hier, der Fischkopf. Der ist in Bayern aufgewachsen. Kommen, größte Tunis-Ausflüge im Kumke. Guck mal, die Straße ist leer. Nachher zeige ich euch mal, was hier los ist. Tschüss, bis später.